Fuzzles Dust-It Staubwedel. Könnte sich dieses Reinigungsgerät für dich lohnen oder nicht? Das möchte ich in diesem Video sehr gerne besprechen. Ja, das ist wirklich ein interessantes Produkt, was den Wohnungsputz anbetrifft. Die Wohnung zu putzen, das verbinden viele Leute mit Arbeit und mit Nervereien. Und ich finde, man kann sich das durchaus so angenehm wie möglich gestalten. Der Vorteil vom Fuzzles Staubwedel ist, dass er wie ein Teleskop ausfahrbar ist. So kannst du eben auch Stellen erreichen, an die du sonst nur mühsam herankommen würdest. Darüber hinaus bietet er auch noch viele weitere Vorteile, die wir uns hier auch noch genauer anschauen können. Übrigens verlinke ich dir das Amazon-Angebot zum Fuzzles Dust-It Staubwedel auch unten in der Videobeschreibung. Bei Interesse sehr gerne einfach mal anschauen. So, wir können uns hier auch direkt die Produkteigenschaften noch ein bisschen genauer ansehen. Hervorragende Staubaufnahme Die feinen Mikrofaserhaare in diesem Spinnenwebenbesen sorgen für eine gründliche Reinigung von jeder Oberfläche. Feine Haare und trockener Staub von Autoarmaturen, Kommoden, Bilderrahmen, Heizung, TV und mehr sind kinderleicht in wenigen Sekunden zu entfernen. Waschbar und umweltfreundlich Die Lamellenreiniger sind austauschbar und mit warmem Wasser waschbar. Anschließend können sie die Staubfänger an der Luft trocknen und wiederverwenden. Durch mehrere Aufsätze können sie ihr Zuhause jederzeit reinigen. Enorme Reichweite Dieser flexible Staubentferner ist durch seinen Teleskopstab bis auf 2,45 Meter lang ausziehbar und erreicht somit jedes Dachfenster in 4 Meter Höhe. Auch Spinnenweben hinter Halskörpern sind durch diesen flachen Staubwischer erreichbar. Biegbar, flexibel und kratzfest Der Kopf dieses Spinnenwebenentferners ist biegsam, sodass sie auch die schwierigsten Ecken und die Kanten ihrer Gardinstangen von Staub befreien können. Eine Gummikappe an der Spitze des Staubtuchs verhindert das Verkratzen von Oberflächen. Extrem robust und zuverlässig Durch die enorm hohe Qualität dieser Staubbesen und den zusätzlichen Wischköpfen erleben diese Wischer, äh, erlauben diese Wischer ihnen ein langes Reinigen ihrer Möbel. Reduzieren sie nun Abfall und sparen sie Geld beim Entstauben. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Das große Fuzzles Dusted Staubwedel Set finde ich durchaus preiswert, weil es einfach den nervigen Vorgang des Putzens erleichtert. Aber ob du jetzt sagst, genau das suche ich, genau sowas brauche ich, das kann jeder freilich selbst entscheiden. Meine Einschätzung nach einen Kaufwert, aber ob es für dich das passende Reinigungsprodukt ist, kannst du allein am besten beurteilen. Ich verlinke dir das Amazon Angebot zum Fuzzles Dusted Staubwedel auch unten in der Videobeschreibung. Gerne bei Interesse mal anschauen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, viel Erfolg beim Putzen, alles Gute und ciao ciao. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen.